Gut, gehen wir es an. Ja, Meuse Zähnchen, mich suchst du nicht. Ich bin da. Der Puhren hast du nicht gesehen. Da sitzt er. Stinke kannst du mal geben, wenn du möchtest. Ach so. Sie schaut rein, ich gehe. Passt super, wunderbar. Ja, stimmt. Stimmt. Schau auf den Hund, schau nicht auf die Leute. Hammer, hammer, geh mit, geh mit. Kein Rille und kein Hasi. Cool, cool, super, 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 geht's. Und auf der Strassen passt ein bisschen auf, wir müssen über die Strassen. Da muss ich runter schauen, schau nicht nix. Sie hört eh von der Lauf. Da muss ich glaube, der Auto kommt. Der lässt sich eh gehen. Passt gut, passt gut, passt wunderbar. Sie geht super, geh mit mit ihr. Wahnsinn. Geh mit mit ihr. Ich möchte heute alle Rekorde oben niederreißen. Das ist der Kanal geht nur um Ende statt. Das ist genau jetzt. Schau nicht links, schau nicht rechts. Ich habe mir hier irgendwo Wegweiser aufgestellt oder so. Aber ich glaube, mit der Distanz sind wir gerade richtig. Sie fängt jetzt da zum Wohbanken. Wenn sie unten rechts an den Autos vorbeigeht, wäre das in Ordnung, ich glaube es aber nicht. Geh ein Stück rein mit ihr. Geh ruhig rein mit ihr. Wenn sie wieder rauskommt von allein zuerst. Schau sie nicht an und bleib ruhig. Dreh dich weg. Lass sie 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 weg. Oh jetzt. So. Das war Autobahn. Das war Autobahn für sie. So. So. So.